sich noch drehen in die andere Richtung aber ich denke da kommt auch keiner ran okay dann hätten wir es durch soweit und dann werden wir mal schauen inwiefern hier ja diese agieren wieder und uns auf die Pelle rücken aber irgendwie wollen sie nicht so unbedingt habe ich so das Gefühl von hinten mit dem Baseballschläger oder von der Seite das wäre gar nicht schlecht so und zwar will ich jetzt sagen die mal alle jetzt mal hier unten zu der netten Dame mit keine Ahnung was hat die da auf dem Rücken ich weiß es nicht ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht wissen also es ist nicht schön so dann mal mit der Keule einen drüber 4 plus 4 äh so Medusa könnte von der anderen Seite kommen oder ihn hier oben versuchen zu betäuben ich weiß jetzt gar nicht ob der ja Betäubungsschutz hat ich glaube nein eins und eins schräg das müsste gehen so jetzt ach ja das war ja auch noch ein Sohn getroffen haben wir betäubt ist er nicht sag mal ist das ein Bug mittlerweile dass die Betäubung überhaupt nicht mehr greift oder aber er sagt auch nicht dass er gegen Betäubung geschützt wäre oder so oder hab ich irgendwie gerade ich glaub das andere betäubt nur ne dieses komische Wölkchen oder was auch immer das ist ne ok ob ich von hinten geaxtet das sollte gut tun also naja ähm ok damit hat sie noch 50 Punkte das ist awesome viel es gefällt mir nicht so du kannst mal hier äh Sullivan von der Seite auch mal wieder aber ich weiß nicht was haben wir denn das was das Bayomnet wird nicht viel machen die Pistole ist auch nicht so der größte Hit aber wo ist denn dein Gewehr eigentlich ja gut mit dem Gewehre von ich weiß nicht von der Durchschlagskraft sollte das richtig böse wehtun aber 21 das war seitlich ne warum kein Plus oder so Minus geteilt mal ich weiß es nicht es ist nicht so gut so ich könnte sie natürlich jetzt komplett blockieren dann stehen wir ringsrum um sie herum und mit der Schrot nochmal von gerade ich glaube nicht dass das 29 Punkte ziehen wird vor allem mit der Schrot ja ich weiß nicht ob ich mir das nicht irgendwie nochmal ja die Uzi wird uns ein bisschen mit wehtun na gegen Betäubung ist sie ja immun dann denke ich mal gegen jede Art von Betäubung na gut wir werden es mit dem Gewehre versuchen 16 plus hä ach wo ist bei dir vorne junge Dame ok es ist so definierbar irgendwie ja gut ok damit müssten wir allerdings alle durch haben und ich hoffe der Nettale wird jetzt nicht allzu böse auf Medusa losgehen mit seinen 91 Punkten das ist nicht so schön 25 ok das ist auszuhalten und es hat keine Nebenwirkung bisher das war nicht so nett so Medusa 25 ich glaube du musst jetzt irgendwie aber was ich am besten machen sollte ist zu Medusa gehen so hierher und ihn nochmal verarzten warte mal 30 ja es sollte reichen wenn ich ihm jetzt ein Pflaster gebe hier wunderbar so jetzt werden wir Medusa einfach mal vor ihn schreiten hier und ihn dann mal die schöne nahe Kampf wird aufgeladen nein Medusa lade doch mal schneller wenn es geht ein wenig ne das ist nicht gut Ovid du gehst mal hier runter und wirst die was auch immer Dame da mal Axten das klingt auch schon so boah aber egal so es ist ja ein wenig auch Horror Style in dem Sinne ne also was diese Viecher angeht muss man ja auch mal ein bisschen mitbedenken sie kommt bis dahin gut allerdings von hier aus schießen das ist keine Option auf dich schießen schräg das ginge das sollte gehen er kommt bis dahin ok das verschwendet aber so viel Munition irgendwie ne aber irgendwie müssen wir uns ja wehren ah wegen 16 plus 2 das ist nicht schlecht und schräg hoffe ich kann sie nicht pieksen mit ihrem komischen Stachel da oben ich hoffe es einfach mal ne ansonsten haben wir irgendwie Pech hier ab so und er hier von hier ausschießen geht gar nicht sie steht immer wieder außen im Weg schräg schießen vielleicht von hier aus so sowieso das geht gar nicht siehe schräg oder gerade das ginge zwar aber gerade ist noch bekloppt ja stünde hier im Weg ihn beschießen das ist möglich wäre aber auch wieder ziemlich gerade das ist alles nicht so unbedingt das was man sich erträumt ich glaube mit einer Handgranate oder so haben wir noch eine nein das ist auch schön mit dem Ding geht es auch nur gerade aus mit dem Granatwerfer ist alles nicht so ich hoffe das ist nicht nur von vorne jawohl 22 plus 2 weil es weit schräg flankiert ist sehr gut so äh boah ich denke du kannst so stehen bleiben sie ist auch fertig er kann gerade nicht es ist toll es ist einfach nur toll okay dann werden wir mit Runde 5 durch ne gut sie kann nicht schräg pieksen und Medusa muss da oben wieder einen einstecken aber so macht das wesentlich weniger gut Medusa ich würde sagen ne jetzt kann er jetzt könnte er aber der steht jetzt wieder was ein bescheuerter allerdings wenn ich den jetzt da oben festnagel und betäube ich hoffe es wirkt auch äh dann hätten wir ihn hier erstmal ein bisschen von der Pelle betäubt jawohl geht doch muss doch auch mal irgendwie wieder wirken hier so du stehst jetzt ein bisschen blöde da obwohl er könnte schräg glaube ich auf seinen Fuß schießen wäre gar nicht mal so schlecht mit dem Gewehre so 26 19 plus 2 21 ja toll 5 hat er übrig ehrlich also siehe können wir ja weder betäuben noch sonstiges er steht zu weit auseinander ja das war so klar wir müssten schon mehr auf sie rauf gehen allerdings hat so wenig punkte sie gegen verbrennung oder so immun oder eher das ist jetzt auch blöde haben wir noch einen monotov cocktail oder so naja es sieht nicht danach aus wir haben allen möglichen klumpatsch aber nichts vernünftiert in dem Sinne komm hier in dem Streichholz ne es wird es bringen ne dann würde ich sagen wir schießen hier mal mit dem Gewehre einfach auf sie drauf und dann hoffen wir ja dass das gut zieht und wir nicht daneben schießen bei unseren Künstlern ist hier nichts was es nicht gäbe so Trantinier wenn du dich dahin stellst kommt er ran wenn du dich hier stellst nicht so und wieder mit dem Gewehr Allerdings bin ich immer überlegen ob es mit der Schrot nicht sogar wirklich mehr Schaden machen würde das werden wir vielleicht gleich mal vergleichen so sie kann natürlich nicht schräg oder irgendwas die Baseball Keule sollte auch nicht zu dolle wirken okay dann würde ich sagen mal Lady Fight mit den letzten Punkten vielleicht ein bisschen Schlammschlacht oder so 15 ich weiß nicht ich weiß nicht also sie hat eine mittlere ja ich glaube ich werde mal gucken ich zeige mal ja Level 3 macht 20 sogar das Messer das macht 15 nur und die Pistole auch 15 also von daher das Messer ist schon das Beste was wir hier zu bieten haben so dann würde ich sagen wir pieksen mal zurück ne da und das macht 10 yeah der nimmt mal die allerbeste Waffe die die Dame da zur Verfügung hat und was ist los ja dank aber auch du kommst aber definitiv daran ne ist egal wie ja das ist jetzt okay na gut dann werden wir jetzt wohl auch ihre Waffe zu spüren kriegen mal sehen auch wen sie los geht und der net hale wird natürlich auch nicht still halten seitlich 7 27 2 das ist richtig böse es war doch von Lady Fight die Rede aber okay man kann sich auch mal nicht an die Regeln halten warum denn auch nicht so Medusa du kannst ihm jetzt seitlich einen und er noch 13 Punkte vielleicht schafft das sogar alleine so dann hier hast du noch ein bisschen Party und Stroboskop und so ne ja steht da oben eigentlich für ein komisches Ding oben man kann es nicht wirklich erkennen da ist der Bildschirm irgendwie zu Ende okay sieht irgendwie aus als würde da noch irgendwas komisches rumstehen aber hier vorne haben wir ja auch diesen komischen Ritter in Silber Rüstung ja es gibt auch so komische Spiele wo ja irgendwelche Ritter in Silber Rüstung einen einfach auf einmal angreifen und dann steckt ein Skeletor drin oder so ne das ist auch awesome so aber egal er hat noch 85 und ne ich würde sagen die liebe Dame macht mal hier mit dem Baseballschläger von hinten ihr klar dass das jetzt gegen die Regeln des Damen so das geschieht dir jetzt also recht also irgendwas ich weiß nicht das hat so ja mit dem Stachel und so es hat irgendwas Bienen oder Motten oder keine Ahnung so eine Kombination finde ich irgendwie davon ne so du darfst dich natürlich auch wehren ja das wärs dann auch mit ihm gewesen ja und wir haben es wieder geschafft aus dieser komischen Falle zu entfleuchen und doch durchaus erfolgreich dem ganzen zu entfliehen soweit es war so klar kaum findet mal wieder irgendeine Schlüsselkarte oder irgendein Gedöns zack hat man irgendwelche Meute um sich rum also aus nichts natürlich ne aber egal ich würde sagen ja es soll wohl auch hier weiter gehen und bevor wir uns da oben diesem komischen Teil was mir wie eine Kiste aussieht nähern was natürlich wieder sehr schön wäre wenn wir jetzt wieder was bekommen täten nähern und so weiter und wahrscheinlich in die allernächste Falle tippen tappen yay werden wir uns hier erstmal dieses komische was ist das für eine schöne Burg anschauen und mit Zirkus Zelt und Pipapo das ist doch sehr schön also denn danke ich euch fürs Zuschauen reinschauen und für euer Interesse natürlich